Wir befinden sich die 643 Hallhochschule zu einem Sportler in Westbahnhof mit Aufenthalten in Sankt Blomentier am Schiedsitzland in Wien-Hüterdorf. Der Bahnabfalt um 15.31 Uhr auf Bahn 25.35 Uhr. Zum Morgen hat es zu Brachkirchstöp an der Kampffahrt um 15.36 Uhr auf Bahnsteig. Zum Schnellfall 2 haben wir Dornbruch nach Prag über Sommerau mit Abfahrt um 15.37 Uhr auf Bahn 25.38 Uhr. Bitte beachten Sie auch noch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig und die Monitor-Anzeigen. Von nachher vergessen den Bahnhof links, aus- oder umsteigen. Verabschieden wir uns den Namen durch Dresch und das Bahnhof und nennen noch einen schönen und angenehmen Tag Für die aufgedrehten Verspätungen und die daraus entstanden, in die Sankt Blomentierungen, in der Qualität, wenn wir uns nochmals in der Augen hätten. Wir befinden Sie auch mein Name auf Schlag. Bling liquide Vielen Dank.